Die Sendung wurde live untertitelt Was soll ich jetzt tun, Jungs? Menschen lieben Vampirzeugs Aber ich glaube, dass die Leute einen Haufen Geld für ihre Sicherheit bezahlen Und du dein Haus nicht verlieren willst Wir engagieren einen Schauspieler Gut, ich werde es tun Nicht du Na, wir haben den Vampir eingepackt, genau hier in den Haus Hacker Was soll ich tun? Auf ihn in den Sicherungskant Wo rein? Ins Gewurzregal Sie haben ihr T-Shirt vergessen Wenn die Sonne untergeht, wird es irre